Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Witzezeit. Ein Schulwitz. Ein Lehrer fragt seinen Schüler, wie bezeichnet man einen Mann, der nicht verheiratet ist? Der Schüler, ledig. Der Lehrer, und wie bezeichnet man einen Mann, der verheiratet ist? Der Schüler, erledigt. Ein Tierwitz. Eine Frau kommt in die Zoohandlung und fragt den Verkäufer, was kostet der Papagei dort? Die Antwort, der spricht so gut, dass sie den Preis schon selbst aushandeln müssen.